So, so, so YouTube, willkommen zur täglichen Action mit Timegasser. Was ist Timegasser? Timegasser sind 5 Runden, 5 Orte, 5 Zeiten. Wir werden herausfinden, wo es uns hintreibt, Leute. Und ja, vielleicht werden wir sogar ein paar Punkte machen. Im besten Fall 30, 40, 40.000, nicht? 40, 50, 50.000. Na, 10.000 pro Bild, aber das ist schwer zu erreichen. Das Beste war bisher 48.000. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen, ja, üben oder Glück haben. Und ich glaube, Glück ist hier bei diesem Spiel mit einem wichtiger Faktor. Gestern hatten wir eine der schlechtesten Runden-Timegasser mit einem Bild sogar mit 627 von 10.000 Punkten. Falscher konnte man gar nicht liegen, nicht wahr? Und, weil dem so ist, wollen wir es heute besser machen. Und ihr könnt live dabei sein. Wer auch möchte, spielt einfach Timegasser mit. Ich poste den Link im Chat. Zumindest auf Twitch. Und dann legen wir los mit dem Daily und dem Bild Nr. 1. Oha. Okay. Spannend. Was haben wir da? Wir haben ein Riesenrad. Ich würde sagen, das ist das entweder das London-Ei im Bau. Oder ist das irgendein Riesenrad woanders. Sieht aber schon sehr londonisch aus. Oder vielleicht auch osteuropäisch. Beides ja nicht so weit voneinander weg. Das hat schon Vibes vom London-Ei. Vor allem in der Größe. Aber hätte ich andere Gebäude drumherum erwartet. Hm. Ich bin aber auch nicht so der England-Kenner. Hier könnt ihr mal gucken, ob wir hier bei London andere Merkmale herausfinden. So, wo ist das? Irgendwo hier, nicht? Sieht man es von oben? Ja. Ich weiß, Wien hat noch ein Riesenrad, aber das würde ich nicht da verorten. Das sieht auch hier aus wie ein 90er, 2000er, nicht? Knöpfhosen, Skateboarden. Okay, ich sehe es nicht von alleine. Standard. Shakespeare, London Tower, Elisabeth. Was ist hier hinten irgendwo? Ist irgendwo am Wasser. Ich dachte auf der Seite hier. Ich dachte gegenüber, dass die hier sind. Hier müsste es sein. Da ist es, London-Ei. Okay. Das kommt schon hin. So, aber welches Haus wäre denn das? Das Haus müsste ja noch stehen, theoretisch. Ich meine, grundsätzlich, hier ist ein Skate und Park gebaut anscheinend. Also, das wird es nicht sein, nicht? Das ist zu hoch. Obwohl das mit den Fenstern hier und den Schornsteinen schon sehr gut passt von oben. Und die fahren hier. Das könnte das Häuschen hier irgendwo auch mal gewesen sein. Ich würde sagen, wir sind hier. Und wann sind wir? Irgendwann in den 90ern. Ich weiß nicht, wann der Bau davon angefangen hat. Es könnten auch die 2000er sein. Schwierige Entscheidung immer. Gehen wir auf 2003? 2003? Es könnte auch später sein. Es könnte auch früher sein. Ich mach 2003. Genaue Stelle gefunden. Und 1999 wären wir mit 1998 besser gefahren. 9300 Punkte, aber über 9000 ist immer stark. Das kann man mitnehmen. Skateboarders hang out front of the London Isle. Week after it was lifted. Guckt an. Ein guter Start. Wir sind motiviert für die nächsten vier Runden. Deswegen geht es direkt weiter. Oha. Okay, historisches Bild. Wir sind um 1909, 8, 7, 6. Wenn wir ein Auto sehen, sind wir später. Wenn wir keine Autos sehen, sind wir früher. Ich würde sagen, ich sehe Fahrräder und ich sehe durchaus Kutschen, nicht? Das sind Kutschen, ja. Ziehkutschen. Aha. Die Leute sehen auch nicht aus, als ob sie alle schon mal eine Kamera gesehen haben. Hendriksen Tönsberg. Ennerberg Giffert. Okay. Ähm, dann sind wir wieder irgendwo in Norwegen, nicht? Könnte zumindest sein, aber das ist eine Japan-Flagge. Schottland? Was steht denn da? Anton Grahn. Hilft uns Anton Grahn weiter? Hat jemand Anton Grahn als entfernten Verwandten? Oder AF Gierse? Hm. Sagt mir jetzt auch nichts. Ellersen. Da steht ein bisschen Text. Den seht ihr jetzt nicht. Entning Gap. Hm. Ich glaube, mit 1903 oder so fahren wir noch besser. Könnte glatt 1900 sein. Und hier steht ja Tönsberg. Henriksen. Tönsberg. Ja, wo liegt Tönsberg? Hm. Hm. Das sind so die Sachen. Ich bin nicht so der Bereiste. Deswegen ist es für mich immer ein Fest herauszufinden, wo so kleine Orte sind, nicht? Hauptstadt oder sowas Großes. Immer nicht so das Problem. Oder auch berühmte Gebäude. Aber das sieht aus wie eine stinknormale Stadthalle. Sieht aber auch nicht aus wie die kleinste Stadt, die man finden kann. Die Flagge ist auf jeden Fall nicht Finnland. Schwierig. Schweden glaube ich hat auch nicht von dem Farm. Island? Glaube ich auch nicht. Lillehammer, Ahlesund, Trondheim. Ist Trondheim Tönsberg? Trönsberg? Nee, das wäre nicht. Ich bin der Meinung, ich habe auch schon mal einen Tröntberg irgendwo gesehen, aber das ist ein Geotestik und das ist lange, lange her. Nieköpping. Ich meine, auch damals können die Grenzen alle ein bisschen anders gewesen sein. Das heißt, da kenne ich mich gar nicht aus. Wir können hier auch total in die Falle gerade tappen. Also beim letzten Mal waren wir um Bergen. Da haben wir aber auch die Umgebung gesehen. Ich habe es trotzdem nicht gefunden, davon mal abgesehen. Die Frage ist auch, welche Zoomstufe müssen wir haben? Tönsberg. Ist es das? Tönsberg? Tönsberg? Das passt, oder? Das passt mir sehr gut. Hier ist ein alter Stadtkern. Das passt super. Jetzt müssen wir die Halle noch finden. Also ich glaube, ein besseres Ding finde ich auch nicht. Das könnte... Wir suchen einen eckigen Turm. Hier haben wir auf jeden Fall Altstadtgebäude. Enge Straßen. Eine Kirche. Wir sehen nur keinen eckigen Turm mehr. Ich bin ja leider immer akkurat, nicht? Wenn man so einen Hinweis hat, wo man sagt, oh, da könnte man es sehen, dann bin ich so... Hinterher, es könnte natürlich eine andere Stadt sein, die sich eh nicht schreibt oder woanders liegt. Boah. Könnte auch weiter südlich liegen, aber da sind nur noch Industrieanlagen, nicht? Das hier ist der einzige Innenstadtkern, den es gibt. Gut. Was sieht denn am ehesten so aus? So eine kleine Gasse. Vielleicht das hier. Das könnte das Gebäude da sein. Vielleicht ist das hier hinten mit dem Turm weg. Oder das ist der Turm. Oder so. Ja, sagen wir, wir... Ist ja am Marktplatz, nicht? Passt hier eigentlich am besten. Wir gucken auf dieses Ding. 1903. Guess it. Wir waren da. Sehr gut. Und 1905, nur zwei Jahre weg. Nochmal 9800. Starke, starke zweite Runde. Ab in die dritte. Oh nein, Fußball. Also da habe ich lieber noch das Thema Autos. Aber Autos und Fußball kann man mich jagen mit. Okay, ich weiß zum Glück, Dortmund, weil ich Familie in Dortmund habe, dass es Dortmund ist. Das kann ich auch lesen. Und das ist doch hier, äh, na, ist, äh, Niederländer, nicht? Äh, hier, Dingens. Ja, ja. Der ist aber da, glaube ich, gar nicht mehr. Da waren so alle ganz geschockt irgendwann mal. Okay. Aber welches Stadion? Alles sehr gelb. Also würde ich auch sagen, wir gehen nach Dortmund. Äh, rote irgendwas, nicht? Oder sowas. Hohestraße, rote Straße. Gut, Stadion sieht man am besten über Satelliten, nicht? Da ist ein Stadion. Passt. Hier ist die Straße am Stadion. Keine Ahnung. Borussia Dortmund. Steht sogar da. Singal Iduna Park. Heißen die immer noch so? Nicht, dass die umbenannt wurden. Wann ist das? Gute Frage. Ja. 22? Ich weiß nicht, wann der weg ist. Ein Datum wird auch nicht weiter dran stehen. Dann sage ich 2022. 21. Boah. World Champion Magnus Carlsen. Okay. Posing with Erling Haaland. Stimmt, das war's. Okay. Aber getroffen, 9.949 Punkte. Heute ein sehr starker Tag. Wir haben schon dreimal über 9.000 Punkte. Wenn das so weiter geht, kriegen wir sogar die 40.000 heute. Okay. Wen haben wir denn hier? Frankreich. Und wir sind, ähm, 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 in Paris, ähm, ähm, wo ist er hier? Da. Da würde ich sagen, sind wir. Können mir jetzt nichts anderes vorstellen. Das passt einfach zu perfekt. So, wann sind wir? Jetzt kommt die richtig harte Nummer. Wann sind wir? Da sind rund geformte Autos. Aber das ist ein eckiger Bus. Das ist ein Zeitenwechsel. 73. Da sind nämlich schon eckigere Autos zwischen. Das waren ja die, denn die neueren. Die Runden hier, da waren die älteren teilweise. Aber mit Autos, da ist schon ein Käfer. Dann gehe ich mal auf 75. Genau getroffen. Genau getroffen. 10.000 Punkte. Jawoll. Oh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wow, das war echt Glück. Wow. Ich glaube, meine erste live 10.000 Punkte Runde. Krass. Wow. Also auch von der Entfernung, dass wir das da an der Seite getroffen haben. Meistens bin ich auf der anderen Seite und habe wenigstens so 5 Punkte weniger. Da kommen mir gleich die Tränen ins Auge, weil mir der Schlaf reinrollt. Aber das Ja bin ich sonst ganz schlecht. Aber okay. Muss ich mir mal so ein bisschen einbringen, wie die Autos zu den Zeiten aussahen. Letzte Runde. Und dann wissen wir unser finales Ergebnis. Of Victoria. Okay, wir. Ja. Victoria. Da bin ich mal gespannt, was Gregor da nachher haben wird. Ihr könnt mich übrigens als Freund hinzufügen oder auch in den Discord eure Ergebnisse posten. Am Ende gibt es einen Share-Button. Würde ich mich sehr drüber freuen. Wir machen das täglich, das Daily jederzeit, um uns auch gegenseitig so ein bisschen zu vergleichen. Ähm, da ist Victoria. Ach, das ist ja keine Stadt. Stimmt. Okay. Good Neighbor Council. Ja gut. Ja gut. Victoria ist so groß wie halb Europa. Wenn ich da nebenliege, gibt es ordentlich Punktabzug. Jetzt müssen wir mal gucken. Was sehen wir denn noch? volunteer. Ähm, volunteer. Blablabla. 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 Da hinten steht noch RD. Hier steht irgendwas mit New Settlers. Australia's good neighbors are at your service. Okay. For girls, 10 to 14 years, January 11, 19, 19, 19 bis 29, Jungs 10 bis 14, 1900. Die Schweine haben das, 1900 irgendwas aus dem Foto geschnitten. Können wir was an der Karte sehen? Map Nummer 293. Das hilft auch nicht viel. Gut, ich würde jetzt nicht eine der kleineren Städte nehmen. Wir gehen nach Melbourne rein. Das ist klar. Da scheint der alte Stadtkern zu sein. Dann gehen wir auch da hin. Da hat sich nur ein Problem nicht. Die haben sich alle stark verändert. Tja. Alles nur noch Hochhäuser. Ob dieses Gebäude noch steht in der Form. Hier haben wir ein altes Ding. Wir gehen einfach in die Straße hier. Das hier ist der alte Kindergarten, nicht? Mit der Front. Das könnte passen. Und wann sind wir? Das sieht doch typisch nach 50er aus, oder? Könnte aber auch 60er sein. Man weiß halt nicht, wann es Einwanderungen gab nach Australien. Sagen wir 55. Ich gehe das Risiko ein. 55. Und wir waren in Anglesien. Okay. Hätte ich so oder so nicht genommen. Aber nur zwei Jahre weg. Es war 57. Children of Australia. England, German, Lithuania. Holland, Ukraine, Poland, Estonia, Russia. Ja, perfekt. 9.327 Punkte bedeutet für uns 48.376. Ich drücke auf Share Results und poste es in unserem Discord. Postet auch eure Ergebnisse da rein. Ich bin ganz gespannt. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch auf Leaderboard und gucken. Keiner hat es bisher gespielt. Wir können uns also nicht vergleichen mit anderen. Sehr schade. Sehr starke Runde aber im Breakdown. Vier Jahre weg, zwei Jahre weg, ein Jahr weg, null Jahre weg, zwei Jahre weg. 9.300, 9.800, 9.900, 10.000, 9.327. Damit die schlechteste Runde, die letzte. Und mit 93 Kilometern auch die weit entfernteste. Ansonsten 9 bis 50 Meter. Ja, das war doch was. Und ich würde sagen, damit können wir den Breakdown beenden. Und freuen uns auf die nächste Runde morgen von TimeGasser. Wir sehen uns bis dann und tschüss.